Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einer vorweihnachtlichen Aktion der besonderen Klasse. Wie ihr seht gibt es einen Adventskalender, der jetzt für euch zur Verfügung steht. Und zwar jeden Tag könnt ihr in diesem Adventskalender ein Türchen öffnen und es befinden sich dahinter tolle Überraschungen, die mit meiner Community, mit mir als YouTuber, als Streamer zusammenhängen. Es gibt ganz viele tolle Sachen, die ihr gewinnen könnt sogar, die da mit zusammenhängen. Es gibt ganz viele Keys, die jetzt im Dezember zwischen dem 1. und dem 24. verlost werden. Zum Beispiel zu Age of Empires Teil, den verschiedenen Teilen, zu Paradox-Spielen wie Europa Universalis 4 und Stellaris. Es gibt Möglichkeiten, in einem Computerspiel mal mit mir dabei zu sein oder auch, dass ich mal ein Spiel von euch mir anschauen caste. Besondere Events, besondere Ankündigungen. Hinter jedem Türchen wird sich etwas Besonderes verstecken. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt so geklappt hat. Das ist echt eine, wie ich finde, sehr coole Aktion. Das erste Mal eine Adventsaktion hier, die vor allem über meinen Discord ablaufen wird. Ihr werdet bei vielen Türchen den Link zu meinem Discord finden. Denn natürlich, wenn es darum geht, irgendeinen Key zu verlosen, dann machen wir das über meinen Discord. Das wird dann meistens so ablaufen, dass dann jeder, der an dem Tag, also da wird es dann eine Ankündigung an dem Tag geben zu dem jeweiligen Key. Und jeder, der an dem Tag Interesse hat, kann dann dort mit einem Emote reagieren. Und dann wird da einfach unter allen Leuten, die da mitmachen möchten, das ausgelost. Und der Gewinner bekommt den Key. Aber natürlich, um was es geht, werdet ihr immer hier unter dem Link in der Videobeschreibung und auch im ersten Kommentar finden. Nämlich, das ist der offizielle Link, der immer zu dieser Seite, die ihr hier auch seht, führt zu dem Adventskalender. Und wir können uns auch mal kurz testen. Ich nehme das noch am 30. November auf, kurz vor dem 1. Dezember. Ich kann aktuell noch nicht auf die 1 klicken. Da gibt es eine Fehlermeldung, auch noch nicht auf die 7 oder so. Denn erst, wenn wirklich auch der 1. Dezember ist, kann ich das erste Türchen aufmachen. Wenn der 2. Dezember ist, dann kann das zweite Türchen aufgemacht werden. Und so weiter. Ja, ganz schöner Spaß, wie ich finde. Ich hoffe, euch gefällt diese besondere Adventsaktion. Und ich habe einige Sachen noch nicht verraten. Da kommen, denke ich, tolle Überraschungen dazu. Ihr könnt ja mal so in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was so hinter den Türchen sich verstecken könnte. Und es wird auf jeden Fall dann jeden Tag einen Post auf meinem Discord geben. Und ihr könnt regelmäßig dann einfach hier immer über dieses Video in den Link reinschauen. Beziehungsweise natürlich verlinke ich auch überall, wo es möglich ist, diesen Kalender. Sodass jeder jederzeit darauf zugreifen kann. Zum Beispiel bei meiner Kanalseite, denke ich auch oben rechts als kleinen Link, packe ich ihn hin. Auf Twitter werde ich ihn natürlich posten. Überall, wo es gerade passt. Ich wünsche euch eine sehr schöne Vorweihnachtszeit. Und ja, eine hoffentlich auch sehr gesunde Zeit. Das ist ja aktuell auch sehr wichtig. Und ich hoffe, ihr freut euch über diese Aktion und die vielen Sachen, die damit in Verbindung stehen. Und vielleicht ist es auch gleichzeitig nochmal eine Möglichkeit, auch meinen Discord-Server ein bisschen besser kennenzulernen. Dort wird die Community wirklich zusammengegossen zu einer starken Legion, die so ein bisschen mit mir hinter all dem steht. Und es macht mir auch immer sehr viel Spaß, da Community-Aktionen zu machen. Wenn ihr das also noch nicht kennt, kommt auf den Discord-Server. Dort werdet ihr dann eine ganze Menge Action stattfinden sehen. Ja, das war's mit dieser kleinen Info, dieser kleinen Adventsaktion. Ihr könnt ja immer mal ein bisschen so eure Eindrücke auch in die Kommentare unter dieses Video schreiben. Nach jedem Türchen, wie ihr das findet und ob ihr da überrascht wart bei der einen oder anderen Sache. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, gerne bei einem Video, Livestream oder auf meinem Discord-Server. Alles Gute, euer Gaius Julius Cäsar.